So, Sie sind gekommen, mein Führer, ich... Es ist gut. Setzen wir uns. Ich habe Großes vorgehabt, mit den Deutschen wie mit der Welt. Keiner hat mich begriffen, nicht einmal meine ältesten Mitkämpfer. Was hätten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Zu spät. Das Einzige, was ich mir zugutehalten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Es war mir leicht, davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Und dann ewige Ruhe. Aber schonen Sie doch das Volk, mein Führer. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Das hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, dass er sich selbst so zu schreiben hat. Seit Monaten. Ich muss es loswerden, mein Führer. Seit Monaten habe ich Ihre Zerstörungsbefehle ausgesetzt. Es gibt schriftliche Beweisstücke, wonach ich Ihre Befehle nicht nur missachtet, sondern Ihnen auch zuwidergehandelt habe. Ich musste es Ihnen sagen. Meine persönliche Loyalität zu Ihnen hat dabei nie Schaden genommen. Ich bin froh, mein Führer. Ich wünsche Ihnen alles Gute.